Sie alle wollen auf und davon. Die Bündner Sabrina und Markus Blum mit Tochter Amira suchen das einfache Leben in der kanadischen Wildnis. Vom Zürcher Oberland nach Kambodscha. Monika Liernath und Peter Krüsi erfüllen sich den Traum vom eigenen kleinen Gästhaus. Caroline Schneider und Daniel Schafe aus dem Kanton Bern ziehen mit ihren Schlittenhunden nach Schweden, wo sie eine Campinganlage führen. Sie ist ein wunderbares Land, die Schweiz. Und doch wollen einige Menschen weg von hier. Für immer. Der Polizist Daniel Schafe ist einer von ihnen. Noch geniesst er das Schwarzenburger Land im Bernbiert, zusammen mit seinen Hunden Tsunami und Manok. Zwei von insgesamt 19 Schlittenhunden, um die sich der 33-Jährige kümmert. Es ist nicht nur ein Hobby oder einfach nur ein Haustier. Es ist eigentlich eine ganze Lebensart, eine Lebenseinstellung, wie man das Leben verbringt eigentlich. Immer in diesen Dimensionen, wie wir sie betreiben. Das schenkt einem natürlich auch extrem einschränken. Also die Fähren sind bestimmt. Ich glaube, kaum, dass es eine Fluggesellschaft gibt, wo man 19 Schlittenhunde in den Frachtraum hineinziehen kann, in den Strand gehen kann. Aber das macht nichts. Das ist etwas, was man eigentlich gerne macht, wenn man das so will. Manuk, nichts zu fressen! Hey! Komm zu mir! Die Hunde sind ein entscheidender Grund dafür, dass Daniel Schafer nach Schweden auswandern will. Für sie würde er alles tun. Es gibt nur etwas, das ihm wichtiger ist als seine Hunde. Komm an! Komm an! Schönen Abend! Schönen Abend, Daniel! Seine Freundin, Carolin Schneider. Seit der Teenagerzeit sind die beiden ein Paar. Die 36-Jährige arbeitet in Basel als PR-Fachfrau für eine Bank. Hey, also, ich gehe da durch. Gut! Also! Schönen Abend zusammen! Tschüss! 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 Für ihren Beruf nimmt die Tochter eines Schweizers und einer Philippinin jeden Tag einen vierstündigen Arbeitsweg in Kauf. Wegen der hohen beruflichen Belastung und da ihr Freund als Polizist unregelmässig arbeitet, sehen sich die beiden häufig nur noch beim Zähneputzen. In Schweden wollen sie wieder mehr Zeit für sich haben. Wir können komplett bei Null anfangen und können unser Leben irgendwie nochmal komplett umkrempeln und das hoffentlich daraus machen, was wir uns vorstellen. Das ist eine riesige Chance. Ich freue mich auch. Wer sich aus der Schweiz auf und davon macht, lässt nicht nur ein zauberhaftes Land zurück, sondern auch geliebte Erinnerungen. Auf dieser Alb oberhalb von Davos haben Sabrina und Markus Blum ein Tierhochzeitsfest begangen. Nun feiern sie Abschied. Zusammen mit Tochter Amira werden sie nach Kanada auswandern, in eine abgeschiedene, karge Hütte, zwölf Autostunden entfernt vom nächsten Supermarkt. Wenn du so weit abgelegen bist von jenster Zivilisation, kennen die Bären den Geschmack des Menschen nicht. Also du musst dich schon so verhalten, dass du nicht mit Essenssachen ins Zelt hinein gehst. Die Blums möchten dereinst Pferdetreckingtouren anbieten. Die Werbebroschüre ist bereits gedruckt. Also es hat ein Basislager, das ist vorne drauf und nachher hat etwa acht verschiedene Aussenlager. Du kannst nur mit dem Wasserflugzeug hinzugehen. Du kannst wirklich vor dem Hütchen die Forellen holen, schnell zum Mittag. Diese Hütten entdeckte die Familie Blum während ihrer letzten Kanada-Ferien. Damals schlossen sie Freundschaft mit dem Besitzer der Jagdhäuser. Tschau, Hitsch. Es ist toll, es sind alle hier und es haben ja alle Freude für uns. Ja, es ist schon speziell. Es sind schon ein paar Tränen geflossen. Es werden sicher noch mehr sein. Aber es gehört auch dazu. Wenn man aufbricht, muss man auch etwas zurücklassen. Das ist ja so. Ja, es wird alles gehen. Wir werden euch alle so vermissen. Besonders gross wird die gegenseitige Sehnsucht dieser beiden werden. Der zweieinhalbjährigen Amira und ihre Grossmutter Christa Sigrist, der Mutter von Sabrina. Während einem Tag pro Woche war die Enkelin jeweils beim Grossi, nun werden sie sich bald nicht mehr sehen können. Das ist ihre Entscheidung. Niemand hat das Problem mit dem. Wir haben einfach das Problem mit, dass sie, die Kleine, und wo sie hingehen. Dort ist nichts, gar nichts. Dort ist keine Gespännchen. Ich weiss nicht, ob das gut oder nicht gut ist, keine Ahnung. Ich finde es nicht gut. Ja, wir gehen nachher gleich. Ist es gut? Jetzt? Ja. 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 dann muss man es einfach durchziehen. Es muss einfach stimmen. Es ist wie die Liebe. Entweder stimmt alles, oder du hast irgendwelche Zweifel, und dann muss es sein. Aber dort hatten die Freundin auch ich irgendwelche Zweifel. Dass man auch sagen muss, es ist ein grosses Risiko dabei. Daniel Scharfer ist nicht alleiniger Halter von 19 Schlittenhunden. Knapp die Hälfte gehört Rolf, einem seiner besten Freunde. Auch Rolf wird nach Schweden auswandern. Wegen der Hunde wohnt Daniel Scharfer abgeschieden im Weiler Rossgraben bei Hinterfultigen. Zusammen mit seiner Freundin Carolin Schneider, die ihren langen Arbeitsweg für heute hinter sich gebracht hat. Feierabend bedeutet für sie, dass Döpjes zügig gegen eine Arbeitshose tauschen. Denn draussen warten die Hunde und ihr Freund. Jetzt gehen wir auf Schweden. Gell, Bärl? Ja. Jetzt gehen wir wieder in ähnliche Sachen. Jan, der ist ja kalt. Du musst jetzt viel einpacken. Das ist halt einfach so. Letzten Winter hatten wir einen ganz schlechten Winter. Man konnte gar nicht viel machen. Man musste fast den ganzen Winter nur mit dem Wägen fahren. Und ich meine, es sind Schlittenhunde und nicht Wägenhunde. Das ist immer so klein. Nicht, was den Hunde noch etwas ausmacht. Sicher nicht. Sie können Säckle-Säckle sein. Das ist ja so. Aber es stimmt einfach für mich nicht das Ganze. Es ist nicht ihres Wirkliches zu Hause. Oh Snoopy! Oh Snoopy! Oh, meine Snoopy-Bar! Die Tiere sind auch Carolin Schneiders grosse Leidenschaft. Vor zehn Jahren kauften sie und Daniel gemeinsam den ersten Schlittenhund. Damals dachten sie nie daran, dereinst ein kleines Rudel dieser Hunde zu besitzen. Hallo Snoopy! Hallo Snoopy! Hallo Snoopy! Geht's dir gut Snoopy? Die haben so eine Freude. Und im Moment sehe ich so nicht all den Tag. Weil wir recht lange Stunden arbeiten, dann fressen sie mich fast fast, wenn ich endlich mal komme. Geht's dir? Geht's dir? Geht's dir? Der ausgebildete Koch wird mit seiner Familie ebenfalls nach Schweden auswandern. Mit seiner Frau Silvia und seiner Tochter Lena. Gemeinsam träumen sie davon, eine kleine Anlage mit Ferienhäuschen und Restaurant zu führen. Irgendwo im Norden Schwedens. Bald werden sie dorthin reisen, auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Nur Daniel Schafer muss vorerst hierbleiben. Wegen der Hunde. Ein paar Tage später im schwedischen Teil von Lappland. Eines wird Carolin Schneider und ihren Freunden schnell klar. Platz für Mensch und Tier gibt es hier genügend. Halt die Witte. Ich will hier oben ein Haus bauen. So schön. Nur wo genau in dieser weiten Landschaft liegt die neue Heimat für die Schlittenhunde und ihre Besitzer? Der 37-jährige Markus Blum und seine sechs Jahre jüngere Frau Sabrina wissen, worauf sie sich einlassen bei ihrer Auswanderung ins kanadische Hinterland. Letztes Jahr waren sie zwei Monate lang in der Wildnis unterwegs. Hoch zu Ross. Die kleine Amira auf dem Rücken. Sie begegneten keiner Menschenseele, übernachteten im Zelt und ernährten sich von Fisch und Schneehühnern. Diese Freiheit wollen sie wieder erleben, obwohl sie sich bewusst sind, dass ihre zweieinhalbjährige Tochter in der Abgeschiedenheit keine Spielkameraden finden wird. Wenn Amira in das Kindergartenalter kommt, werden sich ihre Eltern gründlich überlegen, ob es nicht besser wäre, wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Doch bis dahin ist noch Zeit. Wir wissen, dass es die richtige Entscheidung ist, um zu gehen. Die Kleine schätzen sich in einem Alter, das für sie wahrscheinlich noch einfacher ist. Jetzt hat sie natürlich auch langsam ihre Spändchen und ihre Kollegin an der Spielkameräde. Aber ich glaube, das ist jetzt noch ein Moment, der wahrscheinlich einfacher ist als in einem Jahr oder zwei. Eigentlich ist davon schon schön, zu wohnen. Man hat alles so nahe. Wir haben keine Autos, wir gehen zum Haus aus, wir sind gerade auf dieser Bahn oder dort in den Wald. Du bist so schnell in der Natur, musst du nirgends einsteigen und nach vorne fahren. Es ist immer ein lachendes und ein weinendes Auge, das ist klar. Oder? Wir suchen jetzt ein bisschen das einfache Leben, ohne Wasser, ohne Strom. Dass man einfach so auch sein kann. Und dass es einfach nicht alles selbstverständlich ist. Manche Menschen sagen, das wahre Glück liege im einfachen Leben. Die Familie Blum macht sich auf, dieses Glück zu finden. Frohgemut und ohne Sorgen. Du springst manchmal auf dem Lieblingsbuch. Ja, manchmal springst du ja auch. Mit diesem Zug kommt zweifellos Peter Krysis grosse Liebe. Seit fünf Jahren ist er mit der Modeberaterin Monika Liernert zusammen. Kennengelernt haben sie sich über einen Zeitungsartikel, in dem Peter zum Single des Tages erkoren wurde. Peter Krysisi hat zwei erwachsene Kinder aus erster Ehe. Die 43-jährige Monika Liernert ist kinderlos. Nur zu zweit haben die beiden aber nie gewohnt. Sie teilen ihr Heim mit nicht alltäglichen Haustieren. Die sind mir wirklich so ans Herz gewachsen. Auch wenn sie jetzt draussen waren und du bist irgendwie ins Büro hintergelaufen und hast dir nicht zugemacht, sie sind dir nachgelaufen wie Hündchen. Sie kamen zu schauen, was du machst. Oder bist du in die Küche rausgezogen? Es ging keine fünf Minuten, sie kamen zu schauen, was du machst. Die tun mir schon am meisten weh. Ja, ja. Das sind die Einzigen, die wir nachher empfehlen werden. Aber du bekommst auch ein gutes Plätzchen. Das sind wir doch sicher. Eine Schlange und zwei Kaiserskorpione haben sie schon weggegeben. Nun kommt der Tierhändler und holt die Echsen und die Vogelspinne. Ich möchte, dass sie runtergehalten. Ja, gut. Das ist nicht so ein sehr stabiles... ...Titz. Da kommt jetzt wahrscheinlich ein Wobel ein. Ja. Das ist cool, ja. Heute ist sie ziemlich ruhig. Ja, ich weiss, sie hat das im Griff. Hey, ihr zwei, macht's gut? Ja, jetzt geht's ein bisschen Transpörtchen. Das andere schauen wir am Samstag an. Das ist gut, oder? Ja, können wir sehen. Sehr gut. Fahrt ihr in die Ferien für immer? Wir gehen auch in die Ferien für immer. One-way-Ferien. So, komm jetzt. One-way-Ferien. Ja, wir hoffen sie. Sie machen es gleich, sie wandern auch aus. In ein anderes Terrarium. Sie winken sie nicht. Sie winken sie auch. Schau, er schaut. Ich weiss, dass er schaut. Er schaut ganz genau immer. Ja. Ja, so geht's im Leben. Die einen kommen und die anderen gehen. Mua! Die einen Auswanderer geben ihre Tiere weg, die anderen wandern nicht zuletzt wegen ihrer Tiere aus. Ja, ist gut. Warte. Daniel Schafer hält in der Schweiz die Stellung, während seine Partnerin Carolin und die Freunde Rolf und Silvia in Lappland eine Campinganlage suchen. Daniel ist fest entschlossen, in den hohen Norden Schwedens auszuwandern, obwohl er selbst noch gar nicht da war. Ja, ich würde sehr gerne mit uns auf Schweden schauen, natürlich. Aber eben, wer möchte die Hunde futtern, das ist immer ein kleines Thema, oder? Das sind nicht gerade die einfachsten Hunde, die man einfach dem Vater oder der Mutter oder dem Bruder sagen kann. Tun wir heute eine schnelle Woche zu den Hunden schauen. Wer so viele Schlittenhunde halten will, braucht Erfahrung, Hingabe und Geld. Jährlich einen fünfstelligen Betrag. Jetzt gehen wir rein, wenn sie Kaffee nehmen. Läuft ja schon gleich die Ruhe. Hä? Glauben wir dir, was läuft in Schweden? Hm? Fein. In Schweden treffen Carolin, Rolf und Silvia beim ersten Objekt ein. Die Campinganlage Renn-Vallen steht zum Verkauf. Ja, ja. Vielleicht den Tisch nicht gerade mitnehmen. Bisher haben sie die riesige Anlage erst im Internet gesehen. Mit fast 1 Mio. Fr. ist sie viel zu teuer ausgeschrieben. Aber vielleicht lässt sich der Preis ja verhandeln. Hallo, hallo. Caroline Schneider. Welcome. Die eigentliche Besichtigung ist erst morgen. Aber die Auswanderer dürfen sich schon einmal umsehen. Okay, thank you so much. See you tomorrow in the morning. Thank you. Goodbye. Hi. Sehr cool. Nein, es ist wirklich schön. Es gibt etwas zu meilen. Ja, ja. Röwe, Winter, Schneeraum. Morgen um 5 Uhr. Scht! 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 Vielleicht um 5 Uhr die ganze Nacht. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es schlägt einfach. Es ist gross. Es ist schön. Sehr schön. Genauer betrachtet trübt sich der erste positive Eindruck jedoch schnell. Ja, interessant. Und ein bisschen Hüpfel geben. Das Loch hat die Menschen. Blöd heisst, das ist eigentlich Futter. Ja. Ich bin ja im Gäu aufgewachsen, im Solentornischen. Und je nachdem, bei der Windlage haben wir die Autobahn genau so gehört. Das kommt mir total bekannt vor. Ich gehe nicht tausend Kilometer oder noch mehr von der Schweiz weg, um das auf Lapland zu hören, um eine Strasse zu hören. Effektiv nicht. Man stört das wirklich. Die Sachen müssen wir auch aufnehmen, denn am Schluss des Tages müssen wir eigentlich quasi bei den Gämpenstrich unter der Rechnung machen. Und weisst du, ich meine, das ist, wie du es gesagt hast, perfekt finden wir nicht. Nein. In der Schweiz wartet Daniel gespannt auf Neuigkeiten aus Schweden. Wir sind sicher. Hier bleibt es auch noch, oder? Ja? Hallo. 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 Hallo Kleine. Hallo, Hünsche. Wie habt ihr es? Lapland gefällt mir sehr gut. Es ist wirklich wie ein Rosgrabenhoch 10. Sehr schön. Viele Bäume. Baum, 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 Baum. Wenn du fährst, Baum und dann noch ein bisschen Baum. Das ist super. Du bist toll. Nein, tipptopp. Das Renvallen haben wir angefangen vorsondiert. Für uns haben wir den Termin erst morgen. Ja, wir haben ein bisschen gemischte Gefühle. Die Häuschen, zum Starten kannst du sie brauchen. Aber unter der Voraussetzung, dass der Preis so tief ist, dass es zulässt, dass wir genug Budget haben, dass wir den von Anfang an renovieren können. Genau, weil dieses neun Monate Laden lang zu hat und niemand wirklich dazuschaut. Aber ich habe lieber eine solche Nachricht, als es heisst, es sei perfekt. Ja, ja. Es sieht aus wie neu und weiss nicht was. Deswegen haben wir gar nichts, in der Hand von ihm etwas im Preis zu rücken. Genau. Genau. Das ist ja so. Demo, gut. Ich sehe, ihr habt das im Griff. Ja, es geht. Ja, das ist schon ein bisschen. Also, alle meine Schätze. Ciao, ciao. Hättest du dir Sorge? Schlaf gut. Schlaf gut. Gibst du den Hunden ein Knudel. Lass mich. Ja, ich doch. Tschüss. Ciao, ciao, tschüss. Während Daniel noch nicht weiss, wohin er genau auswandert, macht sich Familie Blum bereit für den Abflug. Das Geld noch 3,6 kg rein. Dann tun wir noch die Schuhe rein. Sie haben viel Gepäck, denn nur das Nötigste ist in der Wildnis vielleicht doch zu wenig. Das ist mein kleines Zeug, das ist ganz leicht. Zum Abschied sind neben Amiras Grossmutter nur die engsten Familienangehörigen erschienen. Ich hoffe es. Ja, ja, Mann. Sicher. Tschüss. Ich möchte an den Fisch gehen und euch an den Fisch gehen. Ich möchte an den Fisch gehen. Ich möchte an den Fisch gehen. Sabrina, die ausgebildete Masseurin und Markus, der gelernte Hochbauzeichner, brechen nun auf in ein Leben voller Abenteuer. Ich hatte Fisch gehen, Karl. Amira scheint zu ahnen, dass bald alles anders sein wird. Ich möchte an den Fisch gehen, Karl. Nach zwei langen Flügen ist die Familie Bloom in Kanada angekommen. Nun liegen noch 12 Std. Autofahrt vor ihnen. Bis zu ihrem Ziel. Ein paar Hütten am abgelegenen Black Lake. Bald sind sie die einzigen auf der Strasse. Es gibt kaum gute Gründe, sich hierher zu verirren. Vereinzelt fahren grosse Holztransporter durch, die sich zur Sicherheit per Funk anmelden. Ich habe gesagt, halten. Ja, ich glaube. Bei diesem Oger vielleicht. Jetzt warte ich auf eine Minute, der kommt der Nächste. Also, wenn er mit uns gesprochen hat. Ja. Like Jeopardy. Ah, siehst du, schau jetzt. Siehst du, da kommen wir in einem riesen Karacho. Wir haben jetzt eine Ladung drauf. Mhm. Wow. Einfach das Leiden, oder? Ja. Okay. Ha, dann haben wir es doch richtig gemacht. Das Glück, dass ich fast das Leiden gesehen habe. Schwarzbär. Kurz darauf verschläft Amira beinahe den ersten Bären. Siehst du sie? Sie ist aus dem Schlaf aufgewacht, dass ich dort noch einen Bären gesehen habe. Ja, sie hat ihn auch noch gesehen, oder? Oh, ich wollte sie gleich sparen. Die Blumen sind nun definitiv in Kanada angekommen. Und dann das. Eine Panne. Der rechte Hinterreifen ist platt. Markus macht sich an die Arbeit. Ja. Also, machen wir einfach raus. Bist du fertig? Doch es gibt ein Problem. Der Wagenheber scheint nicht zu funktionieren. Hast du noch eins gut? Schau da. Schau mal die Luft raus hier beim Rad. Wieso? Jetzt sind wir etwas reingefahren. Spitziges. Der Wagenheber ist tatsächlich kaputt. Über Funk versucht Sabrina, Hilfe zu holen. Der Wagenheber. Der Wagenheber. Jack is not working. Doch niemand antwortet. Was nun? Es kann Stunden dauern, bis hier jemand vorbeikommt. Willkommen in der kanadischen Wildnis. Die Reise in ein neues Leben beginnt für Monika Liernath und Peter Krüsi in einem Bus der Zürcher Verkehrsbetriebe. Alter von Schönheit. Grüezi. Ilnauer Hals einfach. Retour-Biljeds werden ab sofort nicht mehr gelöst. Danke, gleichfalls. Monika und Peter nehmen kaum etwas mit. Keine Möbel, keine Bücher, keinen Fernseher. Einen Container nach Kambodscha zu verschiffen, hätte knapp 5000 Franken gekostet. Zu viel Geld für die beiden. Ja. Während der Fahrt erinnert sich Monika an jenen Moment zurück, an dem sie zum ersten Mal vom Auswandern träumte. Es war nach einem Jahr als Au-pair-Mädchen im Welschland. Eigentlich wäre ich gerne im Welschland geblieben. Mir hat alles gefallen, die Sprache, die Leute, alles. Und von dort habe ich gedacht, irgendwann wandere ich aus. Irgendwann gehe ich weg von der Schweiz. Und jetzt ist es soweit. Jetzt gehen wir für immer. Forever. Ja, aber bevor. Forever. Adieu Heimat. Knapp 10'000 km entfernt Phnom Penh, die Hauptstadt von Kambodscha. Monika und Peter bestreiten das letzte Stück ihrer Reise mit dem Taxi. Noch vier Stunden, bis sie endlich bei ihrem Gästhaus ankommen. Ich bin sehr nervös. Ich weiss nicht, was mich da unten erwartet. Ob das noch so steht, wie es gestanden ist. Und ja. Und ich finde es immer spannend, auch das Gewusel in dieser Stadt und alles. Und ja, ja, aufgeregt bin ich. Unser Vorgänger hat uns versprochen, er lässt das von der Moni erst kreierten Logo entwerfen, also lassen, wie gesagt, mit dem Gelechtreklamen machen und anbringen. Und dann sollte beim Eingang vorne ein neues Schrägdach drauf sein. Und wenn diese zwei Sachen schon mal gemacht sind, und das werden wir sehen, wenn man ankommt, dann sind wir schon mal zufriedlich. Ich denke, dann kommt es gut. Also bis jetzt, das klappt. Er hat auch das Taxi geschickt, hat er gesagt, ein 8.30 Uhr. Der ist pünktlich, 8.35 Uhr erschienen. Ja. Sie sind wirklich pünktlich hier? Ja, wirklich. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Und ich bin überrascht. Das ist doch nicht so echt. Das müssen wir alles noch ganz genau erkunden, wo es ist. Den Weg zum Guesthouse kennen sie zum Glück noch. Ja, and left side. Das ist uns so unterschiedlich. Ja, fast. It's just here, perfect. Yeah, here. Tiss, tiss. Das Dach hat er nicht gemacht. Er hat er wieder versagt. Jetzt komm, steig raus, Schatz. Ja, jetzt komm. Es ist keine Limousine, du musst selber aussteigen. Ah, ist das schön warm. So muss es sein. Komm, wir gehen mal schauen. Hä? Wir gehen mal schauen. Schau, das Meer dort unten. Das können wir nachher schauen. Der Name vom Guesthouse, Swiss Garden. Das ist unser Zuhause. Ja. Das Erste sieht schon mal gut aus. Das Dach hat er nicht gemacht, wie er gesagt hat. Aber er macht nichts. Die kommen wahrscheinlich noch. Mein lieber Max. Wo ist mein Dach? Max ist der deutsche Vormieter des Guesthauses. Hoi, hoi, hoi. How are you? Wie war? Fine, schon? Es hat so viel geregnet. Mit ihm haben Monika und Peter vor acht Monaten per Handschlag die Übernahme des kleinen Hotels besiegelt. Doktor, nein, ist gut gefahren. Ist gut gefahren. Aber den hast du jetzt irgendwo mal im Knoppen, oder? Auf der Campinganlage Rennwallen, die zum Verkauf steht, sind Fachleute eingetroffen, die bei der Besichtigung der Häuser behilflich sein sollen. Das Ganze wird eine kurze Angelegenheit. Der hinzugezogene Experte für die Bausubstanz ist nicht eben begeistert. Und der deutsch sprechende Immobilienmakler versucht gar nicht erst, diese Anlage zu verkaufen. Also wir sind uns alle einig. Jetzt schon. Das, was wir haben gesagt, ist Renovierungsobjekt. Nein, und da ist eine Renovierungsobjekt. Ja. Also rein theoretisch, nur ein Abriss, Neubau. Grosser Bagger, raus, weg. Rausreissen, Neues. Das Einzige. Ich sollte eigentlich für diese Anlage reden, aber ich kann es nicht. Der Gedanke über eine Million ist... Nein, das wären Leute bescheissen. Ganz ehrlich, und das mache ich nicht. Sagen wir jetzt ja? Ich glaube nicht. Die Einladung auf einen Kaffee hilft der Besitzerin auch nichts mehr. Ihre überteuerte Campinganlage wird sie nicht los. Nein, wirklich nicht. Das müssen wir jetzt nicht noch künstlich rausziehen. Enttäuscht fahren die drei Auswanderer weg. Ohne neues Heim für sie und ihre 19 Schlittenhunde. Auf dem Weg zum Black Lake steckt die Familie Blum immer noch fest. Der Reifen ist platt und der Wagenheber kaputt. Da hat Markus einen Einfall. Wir legen einen Stein hier auf, sodass er nicht weiter runterkommt. Das kaputte Rad ist so weit möglich über dem Strassenrand. Steine unter dem Autorahmen stützen das Auto ab. So kann Markus das Rad ausbuddeln. Darauf muss man erst einmal kommen. Bald ist die Panne behoben. Was ist besser wie ein Bratsch? Einen haben wir. Nein, es gibt immer eine Lösung für alles. Irgendwann ist ein Auto gekommen, aber nein. Schon passt. Es kommt einem immer etwas in den Sinn. Oder erst recht, wenn man muss. Nun sind die Blums nicht mehr weit weg von ihrem Ziel. Eine Ansammlung von Jagdhütten am Black Lake. Die ersten Bekannten, die sie treffen, sind Vierbeiner. Mit diesen Pferden waren sie zwei Monate lang in der Wildnis unterwegs. Schau. Willst du steuern? Die letzten 100 m Privatstrasse darf Amira ans Steuer. Nein, da kommt keine Polizei. Kannst du noch huppen? Ja, kannst du noch mal? Ist Kayla da? Ja, Kayla ist auch da. Kayla ist die Tochter von Rick Solomonsen, dem Besitzer dieser Holzhäuser. Oh, schau, du musst noch bremsen. Vor Jahresfrist lernten sie sich kennen und schätzen. Nun werden die Blums von Kayla und Rick herzlich begrüsst. We made it! Look. Hello, sweetie. Die Familie Blum ist in ihrer neuen Heimat angekommen. Hi, Sam. Die Schweizer Auswanderer erhalten am Black Lake freie Kost und Logis, müssen aber im Gegenzug ordentlich im Betrieb mithelfen. Rick lebt davon, dass Fischer, Jäger oder sonstige Abenteurer in seiner Lodge Ferien machen. Doch im Moment sind keine Gäste hier, wie die meiste Zeit des Jahres. Es ist eine einsame und wilde Gegend und genau deshalb sind die Blums hier. Die schwedischen Auswanderer besichtigen die nächste Campinganlage. Carolin Schneider gefällt sie auf Anhieb. Sehr hübsch. Die Anlage liegt direkt an einem See und heisst St. Joe Garden. Die Häuschen haben schöne Grösse. Mal schauen, es hat wirklich einige schöne Grösse. Ich wollte irgendwie ein Fischchen. Ja, ja. Ein Bett und ein Tischchen, ja gut. Das ist wirklich ganz hübsch. 18 kleine Hütten. Stügers, wie sie in Schweden heissen, sind es insgesamt. Dazu ein grosses Restaurant. Und der Preis ist attraktiv. Rund 300.000 Franken. Das Nachbargrundstück könnte man für die Haltung der Schlittenhunde dazukaufen, wie der Makler sagt. Das ist kein besonderes Grundstück oder sowas. Hier ist der Preis, wie gesagt, verhandlungsbar. Klar. Dann hast du ja, wie gesagt, hier auch wunderbare Aussichten mit dem See vor der Tür. Genau. Hier vom Balkon aus gesorgt man auch über zu den Hunden. Hinter St. Joe Garden kann der Makler stehen. Und auch der Bauexperte ist zufrieden. Nur einer weiss noch nicht zurecht. Rolf Geiser, der als ausgebildeter Koch das Restaurant führen soll. Tue es mal ein bisschen, ich will von euch Emotionen spüren. Ich halte mich die ganze Zeit zurück. Machst du dir immer meine erste Emotion auf den Wallen? Ja, ja, schon. Aber man muss noch mal selbst warten. Das ist irgendwie für mich auch schwierig, weil ihr kennt mich. Ich bin eigentlich jemand, der die ganze Zeit wow und super und weh und Sachen aussah. Aber ich halte mich im Moment extrem zurück, weil ich auch nicht weiss, wie es euch geht. Also bis jetzt ist es perfekt. Beim Restaurant, die Küche, die Kartonküche, deine Größe ist perfekt. Ich baue mich um. Ja, das ist ein Thema. Ich mache es rein und koche. Das ist deine Größe, oder? Kein Thema. Kein Thema. Genial. Kein Thema. Als der Makler die Auswanderer in den Keller führt, spürt Caroline, dass sie ihrem Traum ganz nahe ist. In diesem Moment stellt sie die Weichen in ihrem Leben neu. Das ist wirklich viel Potenzial. Und wir parkieren wirklich alles, was wir haben da rein, in diesen Traum. Und wir brechen wirklich in der Schweiz. Ich meine, ich habe einen sehr guten Job, bin in einer sehr guten Position. Mein Partner ist Polizist. Der hat auch ganz toll, einen tollen Job, arbeitet auf einer Fachstelle. Wir brechen wirklich mit allem und wenden uns einer ganz neuen Schiene zu. Und das muss stimmen. Das muss vom Gefühl her stimmen. Das muss stimmen von Anfang an. Genau. Zuletzt werden die Hütten von innen begutachtet. Langsam schwindet auch bei Rolf die Skepsis. Und der Tatendrang steigt. Das ist ja gut, dass wir noch etwas machen können. Es hat bei Rolf etwas länger gedauert, aber nun sind die Emotionen da. Ich bin wirklich hell begeistert. Also es ist, ich gehöre keine Strasse. Ja, der Blick, das ist einfach. Es scheint überall, alles, was man müsste machen, können wir selber machen. Da müssen wir nicht den Baubudden haben, vielleicht für eine Sache, aber das hier, jede einzelne Stücke, können wir mit eigenen Händen Zwecke machen, dass die einfach sensationell sind. Und näher am See kann man einfach, kann man nicht wohnen. Das ist nicht möglich. Ein paar Tage später, zurück in der Schweiz, fällt der definitive Entscheid. Die Campinganlage Sanche Garden wird das neue Zuhause für 19 Schlittenhunde und ihre Besitzer. Am Ende dieses Strandes, 300 Meter zurückversetzt, liegt das neue Zuhause von Monika Liernert und Peter Krüsi. Das Gästhaus Swiss Garden. Diese bissigen Kreaturen sind die neuen Haustiere der Schweizer Auswanderer, ein Erbe vom deutschen Vormieter Max. Wer kann in der Schweiz schon sagen, wir haben Krokodile im Warten? Das hat wahrscheinlich ein Problem. Ja. So, können wir noch den Rest auspacken? Ja, komm. Wir müssen noch den Rest auspacken. Komm, ich helfe dir. Momentan sind die beiden nur Gäste in ihrem eigenen Gästhaus. Denn der Mietvertrag ist noch nicht unterschrieben. 20'000 Dollar Übernahmegebühr haben sie mit Max ausgehandelt. Ein stattlicher Betrag für Monika und Peter, die für ihren Traum vom eigenen Gästhaus ihre Pensionskasse aufgelöst haben. Welches Zimmer hast du für uns reserviert? Ihres Grosse. Da hinten? Ja, ja. Da brauchen wir mal irgendwas Früssiges. Ja. Ah, super. Ja, genau. Er hat Platz für das Gäste, weil ich dachte, ich habe viel. Ja, wir haben schon ein Ohr. Ja, also, ja. Das ist gut, oder? Super. Schmeckt es gut da rein? Ja, es ist gut, ja. Ich gehe schauen. Mal, das ist so gut. Alles tiptop. Wunderbar. Innerhalb von nur vier Tagen haben Monika und Peter damals entschieden, das Gästhaus zu übernehmen. Länger kennen sie auch Max nicht, der immer noch der aktuelle Chef im Haus ist. Und der irgendwie nervös zu sein scheint. Jetzt machen wir mal aus, bitte. Ja. Und so geht es nächste Woche weiter bei Auf und Davon. Schwieriger Start in Kambodscha. Der Mietvertrag droht zu platzen. Und weiteres Übel wird offenbar. In Kanada gewöhnt sich die Familie Blum ans rudimentäre Leben auf 20 Quadratmetern. Das Einfangen der freilebenden Pferde wird schwieriger als gedacht. Und bei den Auswanderern nach Schweden gibt es einen tränenreichen Abschied. Die viertägige Fahrt mit 19 Schlittenhunden wird zur grossen Belastungsprobe für alle. Hallo. Guten Tag. Ousin steigen in Flüge, flügen mit der Fäge und fortkommen nimmer. Ousin lehihin alles zurück. Auf der Suche, finders Neues daheim. Segen heute noch auf und davon. Auf und davon.